ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ich bin Marcel, wir machen hier im Grand Tristema 7 weiter PS5. Wir machen den Sportmodus. Ich kenne nicht mehr alles. Noch eine andere Rennung, die wir machen. Ähm... Ui, der Tasten startet jetzt. Ähm... Ich habe eine Gruppe drüben, warte. Das ist ja ausge... Nice. 5 Minuten. Wie eine �ette. Also geht's. Dualsche immer. Weешь neben mir ein Bett? Als wir da sind. Sie sind auf Montengeher. Ange ρ 7 min raus. Ähm... Scheiß! Krämisch dreckig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, jetzt will ich tanken! Ah, das ist eben nicht gut. Oh ja! Stimmt denn? Das hat ja noch viel Spaß, wenn man solle fahren. Das haben wir auch gekämpft. Ui, je, 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 je! Das hat alles ein bisschen ein Stück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, shit. Also komm, fahre hier bitte. Blöde Flagge. Das Abgelenkte. Äh, gar nicht mehr hinten dran. Blöde Flagge. 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 Ich habe dich wieder da. Ja, da war das Schleicher. Ja, nein. Ja, da ist liegen. Das liegt ja noch. Soll ich da praktisch. Ich dachte, dass ich eine Verwaschung habe. Ich habe eine Verwaschung abgeführt. Ich habe eine Verwaschung abgeführt. く jeżeli eine Vertraue zu unten gehen geht. Ich habe eine Verwaschung mit der Monduurt. Ich bin sie Gentlemen. Was ist eine Verwaschung? Die sind Her入en? Was ist das? Oh, kommst du da rein? Was ist das jetzt? Ja, ja. Der letzte Geld an der Langzeit fahren hat gewonnen. Das hat mich überfallen. Wenn doch nicht so schnell gefahren ist, dann schlussend. Ich denke, die Banditside hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Dann machen wir es runter. Tschüss, zusammen. Das haben wir nicht. Was? 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 Jetzt kommt mein Platz auf. Schlechter, denke ich. Jetzt ist es sogar länger, ohne zu tanken. Ah, schweizen, schau doch. Mhhh, nachher. Das wird zu sein. Die strecke wollen wir nicht. Auf geht's. Wurde ich jetzt nicht? Oh, da muss ich jetzt gut machen. Oh, da muss ich jetzt ein. Du verdorst. Ich habe zu verhenden, Ja, 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 ja. Ich habe mich so verleidert, weil es nicht früher kommt. Ich habe mich so verleidert, dass es nicht früher ist. Das kann man... Warte, warte, warte Das kann man nennen Ich werde dafür viel Gas geben Untertitelung. BR 2018 Oh, jetzt habe ich einfach etwas anderes gefühlt, boah, das ist halt, boah, sonst gut. So sieht es. Ich habe doch viel schlechter, ein bisschen. Ich habe die schlechteste Zeit. Oh, jetzt habe ich noch eine halbe Zeit. Oh, jetzt habe ich noch ein paar Spanzen. Oh, jetzt habe ich noch ein paar Spanzen. Ich glaube, es ist schon eine Weitlinie. Nein, nein, nein. Ja, wir haben noch Platz da rum. Ich hätte viel Platz gemacht. Ich dachte doch nicht. Ich habe noch eine Sekunde. Ich habe es ja auch nicht gesehen. Das sieht es ja jetzt schon einmal. Ich habe es ja auch nicht gesehen. Was? Ein Seel? Okay. 9. Platz. Was ist die Position verbessert? Nur 4 Positionen. Okay. Zum Fahrradrennen. Nur Wurdering. Gertee. Wogen 22'209 Krizz. Okay. 46 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Eine Flange. Zeit weiss ich gar nicht. Ich denke, die Bänden sind wieder hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es euch gefallen hat. Lassen wir es hier runter. Tschüss zusammen.